Liebe Nachtigallenfreunde, in Zeiten der Quarantäne müssen auch wir zwei Meter Abstand zueinander halten. Wir haben beschlossen, dass wir euch in der Zeit, die jetzt doch sehr speziell ist, ein bisschen musikalisch erfreuen und zwischendrin euch virtuelle kleine Konzerte spielen. Und das erste Stück, was wir euch spielen, das spielen wir auch für Italien, bei denen es gerade sehr drunter und drüber geht. Und da fängt alles an mit den Nachtigallen bei Straßenmusik in Italien. Und wir spielen euch Mamma Mia, Dami Centurier. Viel Spaß beim Hören. Mamma Mia, Dami Centurier, che in America voglia andare. Mamma Mia, Dami Centurier, che in America voglia, che in America voglia andare. Centurier, che in America voglia andare. Centurier, che in America voglia, che in America voglia. Sui fratelli a la finestra, mamma mia, la charanda. Mamma Mia, Dami Centurier, che in America voglia, che in America voglia, che in America voglia. Und da in America voglia, che 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 in America vog Parole della mamma som inutile a ver, som inutile a verità.